Musik So, willkommen zurück, heute ist der 3. Dezember, das heißt wir öffnen Türchen Nummer 3 und das haben wir nämlich hier, das war total verwirrend das zu finden, ich habe den ganzen Kalender abgesucht, aber da ist es also links unter dem Schriftzug, denn das sieht alles sehr verwirrend aus, muss ich mal gucken, ob ich das, genau, da haben wir es schon auf, wieder eine Katze, es kommt noch schlimmer als man denkt und wir werden das wieder auspacken, diesmal hoffe ich, dass ich nicht die Aufnahmestoppe, wie beim letzten Mal, da reißen wir wieder das Kühlchen auf, bröbeln den Keks auf den Kühlschrank, so, wieder mal schwarz wie die Nacht, einmal öffnen, zack, und was haben wir heute Feines, wenn dir ein Stein vom Herzen fällt, landet er direkt auf deinem Fuß, also das ist genial, wenn dir ein Stein vom Herzen fällt, landet er direkt auf deinem Fuß, denn darüber hat wahrscheinlich noch nie jemand nachgedacht, ist ja so, mir fällt ein Stein vom Herzen, aber wo landet er eigentlich, das ist ja total logisch und witzig natürlich, und schon wieder irgendwas mit Pech und wie immer gönnen wir uns natürlich den Keks, zumindest die eine Hälfte und ja, dann sehen wir uns glaube ich morgen wieder, mal sehen was heute noch so geht, bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.